Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 40.740 US-Dollar und ihr seht es mir vielleicht an, wir sind endlich zu den 39.600 US-Dollar gekommen. Wir haben unser Void gefüllt, wir haben diesen Pump gefüllt, von dem wir schon seit, ich glaube Montag oder spätestens Dienstag darüber gesprochen haben, dass dieser Pump früher oder später auf jeden Fall nochmal gefüllt wird. Glückwunsch echt an alle, die den Trade mitgenommen haben bzw. die gewartet haben. Hier diesen Trade noch mitgenommen zu haben, vielleicht hier oben noch Short gegangen sind und dann jetzt hier unten eine Limit Order Long reingesetzt haben. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die wirklich Durchhaltungsvermögen gehabt haben. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, immer benachrichtigt zu werden. Ansonsten, wie gesagt würde ich sagen, starten wir jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan 40.740 US-Dollar. Wir hatten unseren WIC nach unten auf dem 4-Stunden-Chart. Abverkaufsvolumen kam rein, haben wir jetzt diesen WIC natürlich nach oben bekommen. Momentan 40.740 US-Dollar, also für alle, die diesen Trade hier auf jeden Fall mitgenommen haben. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Einerseits, ihr nehmt jetzt erstmal Profite, Stop-Loss Entry oder ihr legt euren Stop-Loss in Richtung 37K. Das ist weiterhin hier unten unser Abtrend, den ich für möglich halte, dass wir den vielleicht im Laufe des Wochenendes nochmal berühren könnten. Ansonsten, wenn ihr euch zu unsicher fühlt dafür, Stop-Loss Entry, nehmt ein paar Gewinne mit und dann beobachtet einfach den Kurs, wie wir uns jetzt über den Tag verhalten. Denn, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz den 1-Stunden-Chart an. Wir haben jetzt halt natürlich hier unten diesen Schatten hier gebildet. Eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich, dass wir im Laufe des Tages nochmal hier runterkommen, sag ich mal, dieses Void, beziehungsweise diesen kleinen Schatten hier nochmal füllen mit Liquidität und dann einen neuen Versuch nach oben hin starten. Das ist so momentan die Möglichkeit, die ich auf jeden Fall nochmal sehe, weil dieser Schatten mich momentan ein bisschen beunruhigt. Deswegen würde ich nicht zu viel Risiko jetzt nehmen, sag ich mal. Also, wenn ihr echt Profite jetzt nehmen könnt, dann könnt ihr euren Stop-Loss nochmal ein bisschen minimal runtersetzen. Vielleicht unter dieses Low, einfach um nochmal ein bisschen Sicherheitspuffer drin zu haben, sollten wir hier kurz drunter flippen, um da nochmal nach oben hin zu gehen. Weil es sieht für mich danach aus, viele Leute sind hier in diesem Bereich wieder long gegangen. Die könnten jetzt natürlich wieder gerackt werden, indem wir hier nochmal eine kleine Candle da drunter bilden und dann sofort wieder aufgekauft werden. Also müsst ihr euch jetzt ein bisschen mal überlegen. Es sieht momentan echt gut aus. Wir hatten ja unser Rising Wedge nach oben hin, ist nach unten hin durchgebrochen. Für mich war einfach klar die 39,6. Das ist der Puffer, den wir auf jeden Fall erreichen werden. Void gefüllt. Jetzt sieht erstmal alles gut aus. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Rising Wedge hier wieder rausnehmen. Gehen wir wieder in den 4-Stunden-Chart, schauen uns so die Indikatoren an. RSI, die Bearish Divergence hat ausgespielt. Meine kleine Short-Position ist auch bei 40,4 habe ich sie zugemacht. Einfach unter dem Aspekt, weil ich einfach die Long-Position da unten aufbauen wollte. Also es haben einige Orders gegriffen, sag ich mal, da unten. Jetzt wird es halt interessant, wir haben Wochenende. Wichtig wird es jetzt, kriegen wir hier wieder einen Pump über die 4 Stunden E-Mail Ribbons. Kommen wir drüber, bestätigen wir die und setzen dann den Pump, sag ich mal, nach oben hin fort. Oder werden wir jetzt das Wochenende erstmal konsolidieren. Also wie gesagt, ich schreibe die 37k nicht ab. Das ist immer noch so im Bereich des Möglichen, sag ich mal, wo wir uns hinbegeben könnten über das Wochenende. Also es klingt jetzt nicht zu bearish oder sonst was. Ich möchte euch einfach nur darauf vorbereiten. Genauso mit diesen 39,6. War einfach relativ klar, man muss einfach nur warten. Trading besteht aus 80% warten. 10% normal traden und 10% nimmst du dann Profite oder schließt da einen Trade oder sowas. Gefühlt, wir hatten ja gestern das im Livestream kurz mal das Thema. Also vielen, vielen Dank nochmal für den Livestream, hat echt Bock gemacht. Ansonsten gibt es nicht mehr zu Bitcoin zu sagen. Es hat sich wenig verändert. Wir haben unser Void gefüllt. Pump nach oben halte ich nächste Woche dann auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Volumen müssen wir jetzt mal schauen. Wie gesagt, das Wochenende nochmal ein Rückfall hier unten in die Region um 39k ist auf jeden Fall drin. Schließe ich nicht aus. Worst case weiterhin die 37k. Ansonsten wäre es wichtig, dass wir hier einfach dieses Hoch dann langsam aber sicher rausnehmen. Entweder im Laufe des Tages oder wir konsolidieren über das Wochenende und kriegen dann am Anfang der neuen Woche ein neues Hoch. Aber es wäre auf jeden Fall wichtig, dann diese Zone hier oben um die 43.500 US-Dollar rauszunehmen. Schauen wir uns die Altcoins an. Haben wir gestern auch mal drüber gesprochen bei Ethereum. Kleines Doppeltop möglich. Preisziel wurde auch fast genau auf den Dollar erreicht, beziehungsweise ganz, ganz minimal 1, 2 Dollar weniger. Auch hier dieser Pump da drüben ist auf jeden Fall jetzt gefüllt worden. Ist klar, wenn Bitcoin ein bisschen dampft, dass Ethereum ein bisschen mehr mitzieht. Aber trotzdem, Preisziel von diesem kleinen Doppeltop wurde auch erreicht. Glückwunsch, wer das vielleicht noch mitgenommen hat gestern nach dem Livestream oder beim Livestream. Also hat sich auf jeden Fall sehr gut ausgespielt. Ansonsten gibt es hier auch nicht mehr zu sagen, für mich weiterhin Ethereum in dieser Region zwischen 2.870 bzw. 2.900 US-Dollar die Möglichkeit, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runterkommen übers Wochenende. Aber gut, müssen wir jetzt mal gucken, wie Bitcoin weitermacht. Ansonsten dieser kleine Wig, 2.934 US-Dollar, könnte auch hier nochmal gefüllt werden. Schauen wir uns mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart an. Sieht man es hier ganz gut. Auch hier dieser kleine Wig. Viele neue Long-Positionen, die reingekommen sind. Deswegen auch hier die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen tiefer, vielleicht wirklich in dieses Golden Pocket und dann mit neuem Schwung nach oben hin zu gehen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich bei Ethereum sehe. Trades sollten bei vielen, sage ich mal, laufen, weil ich meine, darüber haben wir jetzt die ganze Woche darüber gesprochen, dass diese Entry-Zonen echt perfekt sind, sage ich mal, um hier einen möglichen Long-Trade aufzubauen. Ansonsten nehmt Profite, genießt vielleicht das schöne Wetter und hockt euch nicht zu viel vor den Chart. Gut, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Solana haben wir auch gestern darüber gesprochen. Die 100er-Marke haben wir auch perfekt getroffen. Also klar, das Void ist nicht ganz gefüllt worden, was mich wundert. Also, dass man nicht noch minimal drunter geht. Aber gut, kann jetzt auch sein, wir sind hier auf dem Binance-Chart, dass er vielleicht irgendwo doch nochmal ein bisschen minimal runtergegangen ist. Aber auch hier sieht es relativ gut aus. Die 100 Dollar haben wir gestern im Livestream mal angesprochen, dass die auf jeden Fall möglich sind, um einen Long-Trade aufzubauen. Zumindest die ersten Orders reinzusetzen. Ansonsten wäre es dann wichtig, dass wir auf jeden Fall hier in diesem Bereich um 96 US-Dollar dann Support finden. Einfach, weil hier unser Up-Trend liegt. Den wir jetzt schon mehrfach getestet haben und dann auch immer wieder gehalten hat. Schauen wir uns nochmal ganz kurz ein kleines FIP-Level dazu an, ob wir hier irgendwelche Confluenzen sehen. Und da sehen wir natürlich auch, also hat auch perfekt eigentlich hingehauen. Golden Pocket, also wir hatten hier unseren kleinen, in Anführungszeichen, Dump auf 94 US-Dollar, hoch auf 111 und jetzt sind wir einfach ins Golden Pocket reingekommen, sehen hier den Pump nach oben. Also eine schöne Reaktion bisher. Klar, dass wir hier nochmal runterkommen können, ist im Bereich des Möglichen, wegen diesen kleinen Schatten, den wir hier gebildet haben. Aber ansonsten sieht es erst einmal gut aus. Gut, schauen wir uns VeChain an. Auch das gleiche Spiel eigentlich. Void hatten wir hier, wurde auch fast perfekt auf den Dollar genau gefüllt, haben wir auch gestern im Livestream drüber geredet. Also bisher ist alles, sag ich mal, aufgegangen, übergeordnet weiterhin in dieser Range. Wir hatten hier unten dieses kleine Fake-Out. In dieser Range bewegen wir uns momentan noch auf dem 4-Stunden-Chart, sieht das auch ganz gut aus. Wichtig auch hier, wir bräuchten jetzt natürlich erstmal ein bisschen Kaufvolumen. Also ihr seht hier unten, Verkaufsvolumen war deutlich größer, Kaufvolumen, Mangelware. Also da wäre es wichtig, noch ein bisschen mehr reinzubekommen. Deswegen würde ich auch vor allem bei den Altcoins euch empfehlen, erst einmal den Stop-Loss auf Entry erstmal zu setzen. Mal erste Profite zu nehmen, einfach um das Bauchgefühl ein bisschen zu beruhigen. Und dann, sag ich mal, übers Wochenende beobachten, was passiert. Wichtig ist die 4-Stunden-Email-Ribbons vielleicht als Support, aber wir können uns natürlich jetzt das ganze Wochenende erst einmal ein bisschen seitwärts bewegen. Gut, schauen wir uns XRP an. XRP auch relativ gleiches Spiel. Auch hier haben wir komplett dieses Void erstmal gefüllt, sogar bis hier unten hin. Sieht auch relativ gut aus, auch wenn wir hier eher so ein kleines Doppeltop gebildet haben, was mir auch ehrlich gesagt nicht so gefällt. Also XRP nehme ich weiterhin noch ein bisschen Abstand. Ist jetzt nicht so, wo ich wirkliche Trade-Einstiege sehe momentan. Deswegen erst nochmal Abstand von XRP genommen. Schauen wir erstmal, bis sich hier wieder eine richtige Struktur, sag ich mal, bildet. Ansonsten ist es auch hier eher so eine übergeordnete Seitwärtsphase. Also ihr seht es hier ganz gut. Riesiger Kasten im Endeffekt, wo wir eigentlich die ganze Zeit drinnen traden. Für mich noch kein wirkliches Ausbruchssignal, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir bauen uns jetzt hier vielleicht eine größere Swing-Position auf. Sehe ich hier momentan nicht. Deswegen nehme ich hier ein bisschen Abstand. Trotzdem möchte ich euch natürlich hier auf den Laufenden halten. Schauen wir uns Engine an. Engine auch komplett den Pump hier drüben komplett gefüllt. Auch erstmal ein gutes Zeichen. Also wir hatten überall fast die gleichen Chartbettern. Überall hatten wir unten in diesen kleineren Bereichen diesen Pump. Klar, wenn Bitcoin pumpt, pumpen die Altcoins. Aber natürlich werden dann auch diese Pumps früher oder später gefüllt. Gut, Volumen ist nicht so geil. Auch hier kleines Doppeltop gehabt. Preisziel müsste wahrscheinlich auch genau hier unten gewesen sein. Engine sehe ich aber jetzt. Momentan würde ich da jetzt nicht mehr hinterher springen. Gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gut. Wir können mal auf die kleineren Timeframes gucken. Volumen auch hier. Echt Mangelware. Wirklich nicht viel rein. Neuer Einstieg wäre dann für mich eher so hier unten nochmal. Weil auch hier dieser kleine Wick ist. Ihr seht es hier unten. Auch hier wurden wahrscheinlich viele Long-Positionen eröffnet. Heißt für mich auch nochmal die Möglichkeit. Wir sprechen hier nur über Möglichkeiten, dass wir nochmal runterkommen. Auch nochmal diesen Monats-Pivot antesten bei ungefähr 1,39 Dollar. Und dann neuen Schwung kriegen. Wird jetzt auf jeden Fall interessant, wo wir vor allem unser CME-Gap, ob wir jetzt den ganzen Tag pumpen. Einen CME-Gap dann irgendwie weiter oben bilden. Dann übers Wochenende ein bisschen dumpen oder konsolidieren. Wird sich zeigen. Die letzten Wochenende waren auf jeden Fall sehr, sehr langweilig gewesen. Deswegen erwarte ich nicht so viel. Nehmt am Wochenende lieber ein bisschen Abstand von irgendwelchen Trades eröffnen. Ansonsten sieht es echt gut aus. Also wir konnten glaube ich relativ viel mitnehmen. Auch viele, die gestern wir angesprochen haben in unserem Livestream. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Lustig. SEC vs. Ripple. So wie immer halt. Kann es zwei Gewinner geben. Wer den Artikel, ich glaube den Artikel habe ich euch gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Ansonsten lest ihn euch gerne nochmal durch bei Crypto. Schaut gerne vorbei. Ich würde sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Glückwunsch nochmal an alle, die den Trade mitgenommen haben. Freut mich echt, die da Durchhaltungsvermögen gehabt haben. Auch wenn ich teilweise schon angekotzt wurde. Wir kommen nie wieder zu 39.6. Warten, 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 warten. Exactly. Ne, Spaß. Ne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hat mich gefreut. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ja, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer. Stay Crypto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.